So, Moment, ich muss noch abladen, sonst macht das keinen Sinn. Alles gut. Wir haben jetzt zwei oder drei Minuten Zeit. Okay, pass auf. Ich packe hier noch wieder Food in die Essenskiste. Ja, ja. Lecker schmecker. Ach du Scheiße, hier geht's noch runter. Jetzt ist der Heil nicht da, jetzt bringe ich mich fast selber um. Oh ja. Ist fast ertrunken, ha? Ja, ja. Wahrscheinlich. Was du das so sagst. Bier am Sammeln. Hier liegt einiges auf dem Meeresgrund rum. Okay, ich muss jetzt aber auch was essen. Oh ja, das sollte ich demnächst vielleicht auch mal machen. Also in der Lootbox sind halt zwei leckere Haifleisch für dich. Ja. Kannst du dir schön reinhauen. Oh Gott, Luft. Puh. Aber noch habe ich ein Stückchen was. Ich werde mir das so lange aufheben, wie ich kann. Weil ich will jede Sekunde, wo der Hai ist, nutzen. Wo der Hai weg ist. Das ist eine sehr gute Idee. Das könnte ich vielleicht auch mal machen. So, also Grill wird ruhig befeffert jetzt gerade. Also da. Ja, ich habe auch noch zehn Planken in den Inventar. Gut. Essenstechnisch geht es uns sehr gut. Gut. Und auch jetzt plankentechnisch wieder. Ja. Ich gehe auf die Insel. Jo. Oh, wie schnell der zuhört mit der Metallhaxt. Junge. Ja, das Sammeln mit diesem Metallhaken ist auch der Traum. Ja. Also. Im Vergleich ist das so viel schneller. So viel schneller. Auch hier das Sammeln unter Wasser. Das geht zack, zack. Abgebaut. So, Blumen haben wir gesagt. Nehmen wir nicht mit. Blumen brauchen wir nicht mehr. Ne, haben wir mehr als genug, glaube ich, mittlerweile. Ich glaube auch. Außerdem verstopfen die Nuss im Winter. Ja, ja. Definitiv. Komm mal kurz hier auf die Insel. Dann hast du ja auch die Samen immer noch dazu. Natürlich. Jetzt, wo ich mich vom Floß entfernen will. Kommt der Hai? Ne, kommt der Hunger. Ah. Ich wollte gerade drumherum die ganzen Planken und alles einsammeln. Ja, ich habe alle Bäume. Waren jetzt vier Bäume, glaube ich. Na gut. Besser als nichts. Genau, wollte ich gerade sagen. Besser als nichts. Definitiv. Der scheiß Wellengang. Aber ich gehe auch noch mal ins Wasser. Der Ding, noch ein paar Planken. Da. Nachher, Brucey, nicht da. Okay. Sehr gut. Okay, Bruce ist doch da. Okay. Den Köder schmeiße ich jetzt aber nicht mehr, ne. Oder willst du noch... Nö, außer du willst jetzt hier das Außen drumherum. Ne, ich habe jetzt schon ein bisschen. Das passt schon so. Ich habe Bruce gedodged. Ja, ich habe es gesehen. Da sind die Skills on point. Entweder das oder ich hatte Glück. Ich habe ihn auch gedodged. Oder wir haben es einfach mittlerweile drauf. Ja, das kann man sich auch irgendwie verschätzen, ne. Du musst mal... Es gibt halt nur ein kleines Zeitfenster, wo man springen darf. Gut, ich habe es aber lockerflockig geschafft hier an der Stelle. Wir müssen beide schon wieder neue... Ich habe 21 blank. Okay, wo war jetzt die Insel? Die ist da. Ich gucke genau in die Richtung. Ich gucke das Ding dahin. Wir haben ja ein Leckrad, ne. Darf ich das auch mal benutzen? Äh, klar. Mach doch. Mein Schiff ist doch dein Schiff. So, warte mal. Wir treiben jetzt... Warte mal. Warte mal. Das ist mal Segel. Ah, Segel. Segel zeigt in die Richtung von der Insel. So, wir zeigen... Ich fahre jetzt auf dieser Insel, ne. Auf diese andere. Genau. Ankerlichten. Ach nee. Doch. Doch, genau. Und jetzt fahren wir da hin. Wir haben noch Wind. Das passt. Also wenn du sagst, wir fahren jetzt genau auf die Insel zu, musst du jetzt nichts drehen. Wir fahren drauf zu, glaube ich, oder? Ja, dann haben wir genug Rückenwind. Die ist da safe. Ich seh sie halt wirklich im Augenwinkel, ne. Also im, im... Du müsstest die jetzt aber auch sehen eigentlich. Ich guck genau drauf zu. Wenn du... Und wenn ich jetzt so stehe, ja, dann seh ich links die Insel. Äh, ja, ja. Jetzt hab ich sie auch im Winkel gesehen. Sehr schön. Gute Nacht. Gute Nacht. Es ist halt für deine Zuschauer und auch für uns angenehmer zu gucken. Ja. Definitiv. Meine, bei Folge 8, die du gestern hochgeladen hast, da haben wir noch nicht mal zwei Betten. Ja, stimmt. Aber guck mal, was da auf uns zukommt. Ich bin glücklich. Oh mein Gott, ja. Wo ist die Insel? Müssten gerade drauf zufahren. Da ist die. Aber... Warte mal. Richte uns ruhig aus. Jetzt hat er mich wieder gebissen. Schweinehund. Hast du ins Wasser gesprungen? Ja, ich wollte eine Planke haben. Du, für die Planken springe ich auch gerne ins Wasser jetzt. Ja, da kam die Gier. Da kam einfach nur die Gier, richtig. Ich mach das eigentlich nur für Fässer. Aua. Okay, jetzt muss ich aufhören mit dem Spaß. Ja. Achte dein Leben. Ja. Äh, richtig schlecht Wetter jetzt hier heute auf Kurs. Ja, ja. Ja, ja. Richtiges Wackelwetter. Hätte man denken, man hat was getrunken auf hoher See, aber... Das ist leider... Das können wir auch mal spielen irgendwann. Was betrunken sein? Nee. See of Peace. Ja, gerne. Sehr gerne. Das würde ich sehr gerne spielen. Ich mag solche Piraten-Spiele eigentlich. Ja, das können wir gerne mal spielen. Ist auch ganz witzig. Außer halt auch recht teuer, ne? Das ist, glaube ich, 40 Euro. Oder du zahlst 3,99 Euro im Monat für den X-Gax-Game-Pass und da ist das drin. Lol. Okay. Verrückt. Oh, jetzt muss ich mich ja aber langsamer um mein Essen und so kümmern hier. Weißt du, was ich jetzt mache? Das, wovon wir schon seit... Ich weiß nicht, wie viele Folgen wir jetzt sind. Aber bestimmt schon seit zwei, drei Folgen reden. Ich mach uns mal neue Sperre. Ja, bitte. Oh, Sperre wären so gut. Mein Metall-Sperre ist schon kaputt. Alter, hier liegt einfach nur das Fleisch drauf. Ist das schön. Hier wird einfach nur das Fleisch... Oh Gott. Ich bin doch so ein Trottel. Wieso das? Vielleicht habe ich gerade... Keinen Sperr gemacht, sondern noch ein neues Lenkrad. Oh nein! Ah ja. Aber zwei. Geil. Aber hier, ich habe trotzdem nichts da für dich. Zeig mal. Ja, Metall-Sperre ist gut. Danke. Ich brauche auch einen neuen Metallhaken. Kann man die Riesenmuschel nur auf fünf stacken, ja? Ja, leider. Das ist mir ein Scheiß. Wie sieht es mit deinem Haken aus? Der ist noch fast voll. Also, ich benutze den Haken nicht so oft wie du. Ja gut, ja. Ich bin ja eigentlich nur am Sammeln. Ja. Ich bin mehr über Land und du eher unter Land. Obwohl wir wieder gegen den Wind fahren. Man merkt es sowas von... Ja, naja. Sag das nicht. Wir sind gleich an der Insel, ne? Ja, ja. Aber, äh... Ist kein Loot mehr, ja. Ich weiß. Genau. Aber wie kommen wir denn auch gerade hin? Nicht wirklich, oder? Wir stehen doch. Habe ich noch Holz? Ich habe noch Holz. Ich habe noch 18 Planken. Ja, ich habe gerade meine Planken irgendwie alle verballert. Willst du welche haben? Soll ich sie dir geben? Äh, ja, entweder das oder du machst mir ein Paddel. Ne, hier, ich gebe sie dir. Hier, ich schmeiße dir das hin. Dann paddel ich uns da hin. Ich dachte, die Zeiten sind vorbei, aber nö. Ne. Äh, Pudel. So. Oh, guck mal, das Wetter hat sich gebessert. Tatsache. Da. Junge, hier ist so viel Fleisch. Holy shit. Vor allen Dingen hast du mir alle Psanken gegeben. Irgendwie wirst du jetzt befeuern. Äh, das passt noch mit dem Befeuern. Wir haben auch sehr viel Essen. Wir haben wirklich gut Essen. Schau mal in die Nahrungskiste. Und da kannst du dir jederzeit ganz viel rausnehmen. Vielleicht ich mache wieder Zwangsarbeit. Aber die, äh, wir sind ja gleich auf einer Insel. Da haben wir auch wieder Planken. Oh, ne, jetzt treiben wir aber wirklich irgendwie weg, oder? Ne, ich treibe gerade hin. Ach so, okay. Ich paddel uns hin. Wir waren gerade viel weiter weg. Weißt du, was das Doofe ist? Was denn? Dadurch, dass der Wind sich einfach nicht dreht, fahren wir halt genau in die falsche Richtung. Nicht zu unserer Mission, sondern zu unserer Mission weg. Ja, ja. Das, äh. Aber ich glaube, das hätten wir jetzt auch gebraucht. Also sowas. Wir hätten jetzt echt in... Entweder, ich weiß nicht, wie das ist im Spiel, ob du dann zufällig auch, ähm... Ja, während du auf so eine Mission hinsteuerst, auch, äh, Inseln mitnimmst. Ja, 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 ja. Komm, überall kleine Inseln. Aber wenn der Wind nicht stimmt und wir noch keine Motoren haben, dann funktioniert das Ganze nicht. Ach so, okay. Weil, äh, wir treiben ja dann trotzdem immer weiter weg. Deswegen arbeiten wir uns jetzt auf die Motoren hin und dann kann uns keiner was. Ja, ja, wir haben halt extrem Gegenwind, ne. Oh. Das ist halt bescheiden. Oh, wie der... Das Paddel ist gleich kaputt. Ah, ich habe schon Bock auf die Insel, ne. Die sieht cool aus. Ja, das ist halt... Oh, ohne Mühe, ich muss noch ein zweites Paddel bürsteln. Ja, knabbert schon wieder, ne. Ja. Plaste und Seile. Scheiße. Okay, warte mal. Wie weit ist es denn? Wir treiben schon wieder weg, oder? Ja, es ist komplette Bude Gegenwind. Ankerlichten hinschwimmen. Ich habe noch ein Paddel. Paddel uns dahin, wenn das das Letzte ist, was ich tue. Ja, wäre nicht schlecht, weil wir haben so eine kleine Minderknappheit nach wie vor. Trotzdem, immer noch. Ja, ja. Das Zeug reicht ja gerade so, um zu überleben. Das Holz. Und ich sage dir auch aus Erfahrung, wir würden es nicht schaffen, wenn wir jetzt drüber schwimmen würden. Ja. Deswegen will ich so nah wie möglich ran. Wenn du mir ein Paddel baust, kann ich auch noch mal, wenn du noch so viele Planken hast. Ja, ja. Komm her. Dann paddel ich mit. Ähm... Da geht es vielleicht, danke, vielleicht ein bisschen schneller. Paddelst du gerade? Ja. Ja, ja, das geht wesentlich schneller. Ich paddel jetzt wie ein Weltmeister. Guck mal, wir sind gleich da. Ja... Das geht ja anders. Guck mal, also das hätten wir mal gleich so gemacht. War der erste Paddel bei dir vielleicht ein kleiner Paddelwaste? Äh... Das kann sein, kann aber auch sein, dass wir einfach, dass ich einfach nur gegen Windmühlen gekämpft habe. Das wird es sein. Das wird es gewesen sein. So, jetzt ärgert es mich aber umso mehr, dass Bruce wieder da ist. Ja. Töten wird wahrscheinlich schwierig jetzt. So schnell wird er nicht sterben. Den kann ich mal nicht dauern. Ja. Seitdem, wir machen wirklich nichts anderes, als den jetzt die ganze Zeit abstechen. So, das reicht, oder? Okay, ich... Ja, ja, gerne. Klar, klar. Okay. Ja, ich geh schon rüber, ja? Ich bin ready. Oh, jo. Übliche Aufteilung. Jo. Ah, verdammt. Bist du weg? Ja, warum? Okay, dann muss ich... Ich muss gucken wegen... Heiköder oder was? Ja. Ich hab noch einen. Wirf den mal. Ich wirf den mal. Oh, Libby. Ja, deo. Ja, ich geh schon hoch, ne? Ja, komm. Geh hin, Bruce. Sehr gön. Ja. So, ein Motor kostet übrigens, zur Info, ich glaube, 10 Planken einer. Wie viele Motoren brauchen wir? Das kommt auf die Anzahl an, ne? Von den... Ich vermute... Aber da will ich mich nicht zweit aus dem Fenster lehnen, dass zwei Motoren reichen. Okay. Erstmal, weil so groß ist unser Fluss tatsächlich noch gar nicht. Das ist auch gar nicht so schlecht. Äh, gar nicht so schlimm, finde ich. Also, wir werden niemals 200 Planken haben. Obwohl, das wird es... Sowas geht schnell. Dann muss man gleich... Muss ich gleich zählen. Wie kommst du jetzt auf 200? Du meinst 20, oder? Nein, 200. Wie viel... Gesamt. Wie viel braucht einer? Ein Motor kann 100 Planken schieben. Ach, kann 100 Planken schieben. Ach so. Ah. Jetzt habe ich verstanden. Okay. Ja, vier ist ja leider immer auf dem Riff nicht zu holen. Das ist natürlich nicht so gut. Aber sucht man sich nicht aus. Ach, ich bin schon da beim Rift. Wie schnell bin ich denn jetzt hier auch rumgerast? Das ist eine kleine Insel. Ja. Dann kriege ich bestimmt gleich Auer, weil der knabbert nämlich nicht mehr. Und der kommt dann nämlich. Ah, ich habe ordentlich Planken, Junge. Ja, Mann. 27 habe ich jetzt. Und hier ist noch eine Kiste. Komm, hi, komm. Prost. Oh, warte mal kurz. Ich kriege schon wieder einen Anruf. Okay. Stell mich mal hier an der Seite. Ja. Okay. Ich mache auch mal weiter. Ja, ja. So ein Schrott. Sehr schön. Da ist noch ein Baum. Okay. Perfekt. Ordentlich die Planken hier. Ordentliche Bude hier. Junge, Bäume sind hier einfach nur richtig toll. Ja. Kleine, feine Insel. Aber Planken waren schön. Man will sagen, es hat sich gelohnt. Fast 40 Planken. Holy shit. So, wenn der Junge jetzt hier kommt. Der blöde Hai. Ja. Gedeutscht, blöd Mann. Blöd Fisch. Ah, okay. Ja, gut. Das könnte ich nicht dodgen. So, 17 Plank. Bald ich mal den Rest packe ich rein. Äh, so. Zack. Und zack. Ich habe vier Essen. Dabei. Huch. So, nochmal Kokosnüsse ohne Ende. Nüsse ohne Ende. Und ich habe noch Planken. Leute, hier sind doch diese Samen. Die Mangosamen. Mensch. Tja, sieht sehr, sehr gut aus jetzt hier gerade. Muss ich sagen. Wir können jetzt hier mal sowas machen. Kunststoff brauchen wir. Ich glaube, an der Kiste ist er gerade. Ne, ist noch nicht. So. Wir können mal hier Zeug reparieren, ne? Zack, zack. Hier fehlt sogar schon eins. Holy shit. Er hat schon eins weggefressen, der Hund. Das ist ja überhaupt der Baumeister. Das kostet natürlich Planken. Das ist natürlich Planken-Waste eigentlich, ne? Aber ich glaube, das ist schon nicht verkehrt, wenn man das mal macht. So. Gerade hier an der Ecke ist immer ziemlich riskant, denke ich. So, ist er jetzt schon schlafen? Ne. So, ich bin wieder da. Ah, okay, perfekt. Äh, wir können schlafen. Ich würde auch schlafen. Ich kann das hell. Ich zähle jetzt mal Planken, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Habe ich mich jetzt verzählt? Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, sind das elf? Und ich bin schon wieder am Verhunger? Acht mal elf. Das sind 88. Acht mal elf, 88. Das reicht ein Motor. Naja. Ich habe 20 Planken reingepackt und ich habe selber noch zehn. Bau doch einen Motor, wenn du möchtest. Oh ja. Dazu brauchst du Seile, Metallbahn. Ich such gerade erst mal den Motor. Ach, du brauchst 20 Planken. Ups. Oh, dann wird es knapp. Ich habe noch sieben eingestecken und du hattest gesagt, du hast auch noch zehn, ne? Ja. Und 20 hat mal weggepackt, sagst du? Zehn habe ich jetzt. Ich habe das jetzt getauscht. Ich habe jetzt die 20 in meinem Inventar. Genau, dann brauchst du noch eine Leiterplatte. Die Leiterplatte bekommst du. Indem du... Oh, du brauchst zwei Kupferbarn. Bruce. Ja, knabbert, ne? Aber ich kann gerade nicht. Ja, ich... Oh, jetzt ist mein Schwer kaputt. Oh. Aber ich habe ihn gekriegt. Okay, warte. Wir müssen... Okay, wir müssen Kupfer braten. Ja, mir fehlt halt noch eine Leiterplatte, genau. Ja, ja, und dazu brauchen wir zwei Kupfer. Das hat wieder vier Planken gekostet. Aua. Gut, wir können aber eigentlich weiter, oder? Ja. Die Insel hast du leer gemacht, oder? Ja. Hey, kann man das nicht irgendwie... Auf eine Stückzahl... Kann ich nicht nur ein Stück nehmen, von dem, was ich haben will? Was doch mit Rechtsklick gedrückt hat? Ach lol. Oh mein Gott, so einfach. Ich probiere mit Alt und Shift und irgendwas. Ich kenne das. Ja, Kupferborn fehlen, genau. Ja, ich bin dabei. Ich habe schon einen Ragnar angesetzt. Gut, den Rest habe ich alles da. Hast du eigentlich... Äh... Bei Apex das Update gelesen? Na, das ist doch Wargames, ne? Genau, genau. Also, was da jetzt genau kam, weiß ich nicht. Heute... Heute bis morgen läuft der Modus zweite Chance. Ach, das heißt, man steht wieder auf, ne? Genau, man respawnt einmal. Mit seinen kompletten Sachen. Oh man. Ne, habe ich nicht gelesen. Habe ich echt nicht gelesen. Schicke ich dir nachher mal ein Video. Da wird alles erklärt. Cool. Cool, cool. Okay. Ach, guck mal, da. Es geht wieder los. Da kommen sie. Sehr schön. Hab ich da schon wieder eine Insel gesehen? Seht doch, da schon wieder eine Insel. Ich sehe diesmal... Oh doch, die sehe ich auch, ja. Chillig, chillig. Was für ein Glück. Das kommt jetzt echt wie gerufen, ne? Genau. Wir sind halt leer. Guck mal, wie weit die Kupferbauen sind. Wenn da keine Klöße mehr drin sind, dann ist es fertig. Ja, ich muss ja Kupferbauen aufnehmen. Einen habe ich jetzt. Hier ist noch einer daneben. Also hier. Ah, geil. Jetzt geht es vorwärts. Und jetzt kannst du den Motor bauen. Aber wenn wir erweitern, müssen wir... Ah, nein. Was denn? Na, ich brauche noch die Leiterplatte. Ja, die Leiterplatte passt. Mit diesem Kupferbauen. Ach nein, ich brauche noch zwei Planken. Ah, schon gut. Ja, ich habe Planken. Ne, ich habe... Passt, passt, passt. Ich habe jetzt einen Motor irgendwo. Ach da. Geil. Äh, äh, den müssen wir jetzt irgendwo aufstellen. Äh, ich würde sagen... Der muss halt ins Wasser, ne? Ja, mach mal hier mit der Axt, äh, den, also den hier vor mir und den daneben weg. Und den welchen weg? Den ja. Genau, den. Genau. Jetzt kannst du den dort hinstellen. Aber vorher wird der... Was, 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 was? Bleib, 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 bleib. Hä? Bleib wohl, Olli. Der passt da gar nicht rein. Weißt du, wie riesig der Motor ist? Der muss da reinpassen. Der passt da nicht rein. Weißt du, wie groß das Ding ist? Ich schwör's dir, der passt da nie rein. Weitla? Soll ich dir den mal geben? Warte mal, warte mal, wir können ja, wir können ja mal den Forschungstisch umstellen. Es ist halt permanent rot, ne, wenn ich den da hinstelle. Kann sein, dass der Forschungstisch und das Bett im Weg sind. Der Ding, äh, der Motor, der, der, der packt den da gar nicht mal rein, ne? Der, warte mal. Eigentlich schon. Also, früher ging das. Wir sind gleich an der Insel, by the way. Ach, wir sind genau drauf zugefahren, wie praktisch. Soll ich mal Anker werfen schon, oder? Ja, brauchst du noch nicht. Noch, nenn mal noch ein Stück hier. Also, Passnehmer nehme ich noch mit. Obwohl, doch, doch kannst du. Darauf ist ja gleich da. Oh, ich hab Anker geworfen. Oh, äh. Gib mir mal bitte den Motor. Irgendwie ist das komisch. Also, keine Ahnung, aber das Ding ist halt übel riesig. So, das ist, weiß ich nicht. Oh ja, zwei leckere Hits gefressen, Junge. Bödes Fies. So, ich würde mir noch schnell was zu essen snacken. Mach mal bitte doch noch eins daneben weg. Waren es drei Klang? Also, jetzt, welche soll ich jetzt daneben wegnehmen? Äh, die auf deiner Seite. Also, nicht auf meiner Seite. Die, ja, ja. Ja. Nee, ich meinte, ich meinte, die meinte ich nicht. Okay, dann die hier. Nee, 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 die. Oh, warte, ich bin runtergefallen. Vielleicht sind es auch vier Planken. Die meinte ich, die meinte ich. Oh, okay. Shit happens. Ja, was soll's. Ja, guck mal, ich kann wieder zubauen. So, jetzt passt doch aber bestimmt. Ah, guck mal. Da ist er. Zack. Geil, Alter, ein riesen Ding, holy shit. Aber jetzt müssen wir mehr Planken drum bauen, oder? Ja. Nicht, dass der blöde Hei das hier wegfrisst. Wie viele Planken haben wir denn da? Ich packe drei Planken weg, dann kann ich fünf Dings bauen. Fünf weiter. Ich hab jetzt hier schon eine gebaut. Jetzt müssen wir wieder mitzählen, ne? Du hast eine, hast du gebaut? Da sind wir bei 89. Ja, das lässt sich einfach zählen. 90. Na, aber nach 100 müssen wir einen zweiten bauen. Jetzt bei 90 sind wir jetzt. Pass auf, da mach erst mal. Das wird's nicht, mach erst mal nur bis hier, genau. Mach's nicht bis hinter, oder? Ja. Ich würd's nicht bis hinter machen, erst mal. 94, 95, 96, 97. Also, wenn wir das einfach bis noch hier hinten ziehen, reicht's noch. Okay. Aber ich will jetzt nicht mehr Holz verschwenden, als wir brauchen. Na, alles gut. Ich hab jetzt auch wieder ein bisschen was gefarmt hier gerade. Ah, ne, ich kann nur eine. Also, wir haben gleich, glaube ich, äh... Holzproblem wieder. Ja, das auch. Aber da ist ja eine Insel. Na, aber ich seh nur ein, zwei Bäume, ne? Ich seh nicht so viele Bäume. Äh, die werden nur kleine sein, denk ich mal. Äh, wie sieht's aus, Haiköder technisch? Kann ich basteln. Super. Warte, warte. Was hier, ich muss doch mal gucken erst, wo das... Ja, ich muss vielleicht mein Inventar auch mal leer machen. Und wir brauchen wahrscheinlich schon wieder eine neue Kiste. Ja, Haiköder kann ich locker machen, also kein, kein Stress, das... Okay. Wir werden eine neue Kiste brauchen, unsere Rohstoffkiste ist fast voll. Ja, mittlerweile auch genug Ton und Sand, dass wir noch jede Menge Öfen mehr machen können. So, ich hab zwei Haiköder. Äh, genau, ähm... Soll ich dir einen geben? Äh, ja, entweder das oder du schmeißt ihn gleich selber, das ist ja eigentlich irrelevant. Okay, pass auf, äh, dann würde ich jetzt eben noch... Scheiße, hab ich alles voll. Ja, wir bauen... Ich glaube, ich baue gleich noch ein Lager. Also hier ist gerade leer, ne? Fast ja. Wenn du jetzt noch was zum Rauspacken hast, wie zum Beispiel ich meinen Helm und meinen Paddel... Ich habe... Ja, meinen Helm würde ich halt auch gerne noch... Ja, ja, pack den mit da rein. Und einen Paddel kannst du auch noch reinschmeißen, sonst gehst du voll. Tatsache, ja. Oh, hier rein? So. Ich habe noch einen Metallbord, ich weiß gerade gar nicht, wohin damit. Nein, die Kiste, wo du gerade bist. Ja, okay. Okay. Gut, mein Inventor ist leer. Boah, ich muss meinen Inventor noch kurz aufräumen. Und ich muss noch was essen. Boah, das habe ich gerade. Das liegt ja auf dem Grill, lag ja noch viel, oder? Ding ist, plankentechnisch sind wir ja auch noch nicht alle. Ich habe ja... Wir haben noch zehn Stück oder so auf Reserve. Eine Angel müsste ich dann demnächst mal wieder bauen. Ja. Aber erst wird es, wenn es wieder gut geht. Und ich werde das... Ah, wobei, eine Metallangel kostet gar kein Holz. Nee. Lol. Warte mal, was bräuchte ich da? Seile? Schrott? Das haben wir ja alles. Ja, ja. Das kannst du locker bauen. Wobei Bolzen fehlt. Nee, den kannst du dir aus Metall machen. Also einfach ein Metall bauen und kannst du Bolzen im Inventar machen. Okay. Ah, okay.